herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von mein einkauf vom ich war ein bisschen online shoppen lazada online shopping philippines und endlich ist jetzt mal habe ich jetzt mal so ein kleines werkzeug set das kann ich ab und zu mal ganz gut gebrauchen jetzt auch mal gucken fürs auto das hat irgendwie fünf euro gekostet inklusive tipping dann habe ich eine kleine eine kleine waage gekauft die er hat jetzt drei bis drei kilo 0,1 gramm genau das ist ganz gut um die gewürzmischungen für meine trikadellen zum beispiel oder für gewisse saucen um das ganz genau immer gleich abzumischen auch irgendwie 7 50 oder was und dann noch mal so eine bis sieben kilogramm ein gram genau da können wir dann auch wunderbar für die pfannkuchen und für die frikadellen und so weiter für unser gastronomie business da schön das abpacken dass das immer genau gleich schmeckt ja merke ich nichts erzählen in diesem sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbei geschauen